Und es geht weiter mit Lauf 2, Heat Nummer 2. Und es geht weiter mit Lauf 2. Wir machen dann weiter mit dem dritten Lauf, Heat Nummer 3. Und es geht weiter mit Lauf 2. Wir kommen dann zum vierten Lauf. Heat Nummer 4. Wir kommen dann zum vierten Lauf. Und dann kommen wir noch zum fünften Lauf, Heat Nummer 5. Wir kommen dann zum fünften Lauf. 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 Und 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 dann zum fünften Lauf. Acht. 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 Und weitergeht es dann mit dem neunten Lauf. Heat no.9. Vielen Dank. 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 Vielen Dank für die langen Freistilstrecken, Damen und Herren. Lauf 14, Heat number 14. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. He was the swimmer in Lauf 16. Giuseppe Montella, es ist die Bahn 3, bei Johannes Hugo Hoppe, bei Johannes Hugo Hoppe vom SSC Berlin-Reineckendorf. Er wird disqualifiziert wegen Starts vor dem Startsignal. Und im Wettkampf, und im Wettkampf geht es weiter mit Lauf 17. Und im Wettkampfbecken geht es weiter mit Lauf 17. Den nächsten geht es weiter mit Lauf 18. Next heat ist Hiet number 18. Next is heat number 18. Next is heat number 18. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen zum Lauf 19. Vielen Dank. 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 Wir kommen zum Lauf 25. Vielen Dank. Wir kommen zum Lauf 28. Vielen Dank. 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 Wir kommen zum Lauf 31. 30. 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 Im Wettkampf geht es weiter mit Lauf 32 Und wir kommen zum Lauf 33, Heat Number 33 Und wir kommen zum Lauf 33 Und wir kommen zum Lauf 34 Und wir kommen zum Lauf 34 Und wir kommen zum Lauf 35, Heat Number 35 Und wir kommen zum Lauf 35 Und wir kommen zum Lauf 36 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 Und wir kommen zum Lauf 37 Und wir kommen zum Lauf 37 Und wir kommen zum Lauf 38 Und wir kommen zum Lauf 38 Und wir kommen zum Lauf 37 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 Wir kommen zum Lauf 39, Heat No. 39. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir kommen zum Lauf 40, Heat No. 40. Wir kommen zum Lauf 41, Heat No. 41. Over a few minutes, we will start with the first victory ceremony. In ein paar Minuten werden die ersten Siegerehrungen kommen. We will start with the victory ceremony. In about a few minutes, 400 meter individual medley for the min. Lauf 42. Lauf 42. Und damit kommen wir zum Lauf 43. Und damit kommen wir zum Lauf 43. Wir kommen zum Lauf 44. Und damit kommen wir zum Lauf 44. Und wir kommen zum letzten Lauf über 50 Meter Längen der Männer. Last Heat, 50 Meter Butterfly Man, Heat No. 45. So, mein Lieben, es geht dann weiter mit dem Wettkampf 5. Das sind die 200 Meter Brust der Frauen. We will continue with the event No. 5, 200 Meter Breaststroke Women. In Heat No. 2, we will see in Lane 0, L from Schwimmbezirk Nordrhein-Westfalen. Auf der Bahn 0, Lucy Springensgut. Lane 1, from Flensburger Schwimmclub. Auf der Bahn 1, Kati Melena Heuber. Lane 2, from Salveti. Auf der Bahn 2, Sharon Perea. Lane 3, from Schwimmbezirk Dresden. Auf der Bahn 3, Linda Conrad. Lane 4, from Schwimmbezirk Nordrhein-Westfalen. Auf der Bahn 4, Mareile Kurze. Lane 5, from Paraguay.